Wir finden ihre Lösung, also wir setzen uns wirklich mit dem Kunden auseinander. Wir versuchen da, oder wir machen es dann auch, dass wir die optimale Lösung dann finden und den Kunden begleiten im Entwicklungsprozess von der Software. Also für uns ist weniger so die Aufgabenstellung, hier fertiges Lastenpflichtenheft und dann einfach nur runterprogrammieren, sondern wir schauen, dass wir dann noch einen Schritt vorher einsteigen und dem Kunden auch unseren Inputs, unsere Erfahrungen dann mitgeben, wie er ein Projekt vielleicht noch besser gestalten kann. Jetzt bezüglich unserer Zusammenarbeit, wo wir dich ja schon seit einigen Jahren jetzt unterstützt im Vertrieb und Marketing, auch strategisch, auch bezüglich Skalierungsthemen. Vor unserer Zusammenarbeit, da hattest du ja auch schon mal mit ein paar Dienstleistern, Schrägstrich Coaches, Schrägstrich Beratern, Schrägstrich Mentoren, Schrägstrich Trainern, vielleicht Online-Kurse, alles Mögliche schon mal ausprobiert. Wollen wir uns vielleicht nochmal kurz gedanklich zurückversetzen in die Zeit vor unserer Zusammenarbeit? Und kurz bevor du dich dann doch wiederum entschieden hast, bei mir den ersten Gespräch sozusagen zu buchen und welche Skepsis du da hattest bzw. welche schlechten Erfahrungen wahrscheinlich auch schon ein paar vor unserer Zusammenarbeit du erleiden musstest sozusagen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass der eine oder andere Zuschauer auch schon sich in genau der gleichen Situation gerade befindet, in der du dich befunden hast vor einigen Jahren vor unserer Zusammenarbeit. Und welche Skepsis du da quasi auf deinen Schultern mitgetragen hast, logischerweise aufgrund der auch nicht immer so erfreulichen Erfahrungen mit diversen Coaches und Beratern und Kursen und dergleichen und auch Agenturen. Und was sich dann sozusagen doch dazu bewegt hat, doch nochmal es zu riskieren, in Anführungsstrichen, bei mir einen Ask-Call zu buchen. Also im Endeffekt ist es dasselbe Problem, was wir eigentlich auch haben gegenüber unserer Konkurrenz, nämlich wir setzen auf wirklich die individuelle Lösung, individuelle Betreuung von unseren Kunden. Das heißt, für uns ist wichtig, dass wir wirklich an die Problematik des Kunden drangehen und eben nicht eine skalierte Lösung anbieten. Das ist manchmal etwas schwieriger oder das härtere Geschäft, ist dann aber eben auch genau dasselbe im Marketing. Also da ist für uns halt wichtig, diesen Beratungsansatz halt individuell auf den Kunden abzustimmen und diesen Schmerz, wie du es nennst, was wir davor hatten, ist, dass natürlich die größeren Agenturen versuchen, möglichst standardisierte Produkte anzubieten, was ja logisch ist, einfach aus wirtschaftlicher Sicht für die. Die können das halt nicht so abbilden, dass sich dann der Coach oder der Berater wirklich mit dem Einzelnen auseinandersetzt und dann auch die Historie kennt und die jeweiligen Gegebenheiten dann auch kennt. Auch ein bisschen die Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, wo man daraus gelernt hat. Das ist bei den größeren Anbietern schwierig, weil die versuchen da eben ein Standardprodukt abzuliefern und logischerweise dann auch Standardantworten auf alle Fragen, die man so stellt und die können da gar nicht so sehr im Detail auf die Fragen dann wirklich eingehen, die man dann unter Umständen hat. Und so wie wir das eben bei den Kunden anbieten möchten, dass wir da eben darauf eingehen, auf die Problematiken und auf die Problemstellungen beim Kunden, das Gleiche brauchen wir dann eben auch für uns. Also dass wir nicht so eine durchgezogene Marketingmaschine haben, sondern ein individuell für uns ausgestelltes Marketing, wo nachdem ihr ja auch nach außen hin unser Unternehmen repräsentiert, dieser ganze Wert letztendlich durchgängig bis nach draußen getragen wird. Ich höre immer wieder auch von Coaching-Kunden, die zu mir kommen, dass sie in anderen Coaching-Programmen vorher waren und dort eben nicht so zurechtgekommen sind, weil es einfach quasi Massenabfertigung, also quasi Coaching am Fließband halt ist. Und für den einen oder anderen mag es vielleicht funktionieren, aber es kommen halt dann doch immer wieder viele auch unter die Räder, wo es halt nicht funktioniert. Und die gehen dann auch so ein bisschen unter da draußen natürlich, weil die ja natürlich auch nirgendwo als Referenz vorkommen oder als Testimonial. Da kommen dann sozusagen vom Coaching-Programm mit 1000 Coaches, wenn dann nur 100 ein gutes Testimonial machen, dann sieht man halt die 100 guten Testimonials. Aber die 200, 300, die es halt nicht gepackt haben, dann teilweise auch zum Bruchteil bei mir aufschlagen, von denen sieht man halt nirgendwo. Das ist ja auch ganz klar. Das ist ja auch nicht Teil des Marketing-Programms, dieses Monster-Coaching-Programms zum Beispiel. Die nächste Frage ist auch eine sehr, sehr interessante und auch sehr harte und direkte Frage. Auch viele zum Beispiel auch dieser teilweise auch berechtigten Coaches, die vielleicht auch großen Coaching-Programmen, die durchaus auch vielleicht gute Arbeit leisten, auch ihre Daseinsberechtigung haben etc. Ich möchte überhaupt gar nicht irgendwie kontra irgendwas sein. Was mir sehr stark aufgefallen ist, dass sie sehr oft auch in ihrem Teil ihrer Marketing-Strategie, Teil ihres Marketing-Statements, ihres Werteversprechens halt immer und immer wieder betonen, automatisiere so viel es geht deinen Betrieb, löse dich von der Zeit für Geldkette. Ein ganz großes Stichwort in sämtlichen Marketing-Botschaften, ich würde mal sagen aller Coaches, die es da draußen so gibt oder auch Mentoren oder auch Agenturen teilweise. Und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Skalibras-Coaching habe, weil ich halt Live-Calls habe mit 500 Leuten im Call und ich aber jetzt als Kunde sowas habe, wie Soft-Entwickler-Buden oder solche, die es noch werden wollen oder ganz am Anfang stehen, aber letztendlich über Manntage sie skalieren wollen, dann versuche ich ja quasi ein bestimmtes Geschäftsmodell, das ich selber habe als Skalierbares digitales Coaching, auf einen Software-Bude zu projizieren, dessen Geschäftsmodell unter Umständen ein ganz anderes ist. Also da sehe ich immer wieder die Diskrepanz. Wie siehst du grundsätzlich mal das Thema Zeit für Geldkette? Inwiefern würdest du sagen, ist es ein Problem oder ist es überhaupt ein Problem? Ist es überhaupt berechtigt, das so als Marketing-Posaune quasi jedem unter die Nase zu halten? Du musst unbedingt Zeit für Geldkette lösen und so weiter. Oder ist es einfach fester Bestandteil des Standard-Geschäftsmodells einer Agentur oder einer Software-Entwicklungsbude? Oder gibt es da vielleicht alternative Sachen, wie zum Beispiel, dass du selber sagst, ich gehe mir in den Schulungsbereich oder ich mache einfach auch noch andere Add-ons oder irgendwas vielleicht mal vor, wo ich da gar nicht dran gedacht habe? Oder grundsätzlich würde mich einfach interessieren, wie siehst du das Thema Zeit für Geld als Software-Entwickler mit einem traditionellen, sehr individualisierten, aber sehr traditionellen auch Software-Geschäft, wo du letztendlich Manntage, Personentage, Tagessätze etc. pp. eben verkaufst, so wie hunderte oder tausende anderer IT-Dienstleister auch. Und ist es überhaupt interessant oder ist es überhaupt möglich, Zeit für Geldkette zu lösen? Also dieses, da passiert was vollautomatisiert und digitalisiert und so weiter und ich nehme mich dann raus und dann habe ich das, schaue da nur noch von außen drauf und so weiter. Und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt wäre das möglich in deinem Fall, durch deine Brille gesehen? Also einfach diese ganze Thematik, die da draußen ja sehr stark auch im Marketing in Anspruch genommen wird, diese Thematik Zeit für Geldkette tauschen, also Zeit für Geldkette lösen, sich lösen von der Zeit für Geldkette. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass das Zeit für Geld, sich zu lösen, der richtige Ansatz ist. Anders geht es glaube ich nicht nur, und das ist auch etwas, was ich sehr wichtig für uns als Softwareentwicklung sehe, aber auch gleichzeitig für dich als Marketer. Man darf nicht verwechseln oder nicht in einen Topf schmeißen, Automatisierung und Delegierung. Bei uns ist es so, ich delegiere durchaus meine Arbeit, aber ich habe dafür gute Leute und denen vertraue ich auch und die machen das in meinem Sinne, aber eigenständig. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, wenn du anfängst, es zu automatisieren und dann eben deine Prozesse vorher so festschreiben musst, weil du deinen Leuten nicht so vertrauen kannst, weil du so eine Fluktuation hast, weil du es vollautomatisch, wie du sagst, also maschinell eigentlich verarbeitet haben willst, auch wenn da noch Leute sitzen, die das, sag ich mal, als Mund noch deine, oder als Hände noch deine Aufgaben erfüllen. Aber eigentlich ja nur Maschinen sind dessen, was du darunter geschrieben hast. In dem Moment hast du eine Commodity und das ist vielleicht skalierbar, aber da hast du halt, zumindest für unsere Kunden, nicht die Qualität oder den Output dessen, was du brauchst. Was du brauchst, ist eben Delegation, dass du sagen kannst, okay, ich kann das meinen Leuten geben und die führen das so aus, in meinem Sinne, wie ich das gerne hätte. Die sind architekturell so aufgestellt. Oder jetzt in deinem Fall hast du ja auch ein paar Leute für Video und Content etc. Genau, und die Sachen, die kommen ja raus und die sind ja, die kann man ja hernehmen. Die sind ja, du hast ja nicht denen vorher so vorgegeben, klar gibt es so ein bisschen eine gewisse Schulung, aber du hast denen nicht vorgegeben, wie die genau das zu tun haben, sondern die kommen da mit einem gewissen Talent wahrscheinlich schon rein, verweinern das Ganze noch und machen es dann eigenverantwortlich. Ich habe bei dir jetzt noch keine so genauen Arbeitsanweisungen gesehen, wie genau das sein soll. Und genau da finde ich, das ist der wichtige Punkt, wie man eben qualitativ skalieren kann. Das andere ist eben so Massenware, ja, da wird es auch Abnehmer geben. Die kaufen sich das halt, weil sie nichts Besseres kennen und nichts Besseres einfällt. Aber gerade so bei dir oder auch bei uns in der Software, funktioniert das nicht so in dem Maße. Das ist dann wirklich Commodity, das ist auch was, wo ich persönlich eine gewisse Aversion dagegen habe. Weil es einfach den Anforderungen nicht gerecht wird. Software und Marketing sind hochkomplexe Themen. Da will ich eigentlich keinen Roboter, der mir genau das ausspuckt, was zehn anderen auch schon ausgespuckt hat und dann genau die gleiche LinkedIn-Anmache zehnmal macht. Was ja teilweise passiert, dass da zehnmal die gleiche Anfrage kommt mit dem gleichen Wortlaut von unterschiedlichen Vertriebsleuten aus unterschiedlichen Firmen, weil die halt die gleiche Schulung gemacht haben. Ja, besonders auch mit dem ganzen Suchmaschinen-Optimierung, also SEO, ja, auch für den Techie-Bereich sehr, sehr relevant, weil es dort teilweise auch mit bezahlter Werbung manchmal man sehr schnell auch in die Grenzen kommen kann. Und da lege ich auch immer sehr viel Wert drauf, dass jeder Mitarbeiter bei mir, der irgendwie SEO-Content-Arbeit macht, leistet. Ja, Content ist halt King auch. Egal, ob man jetzt Online-Werbung schaltet oder nicht, in Kombination ist Content am Ende immer King. Auch dann jeder von denen auch seine persönliche Note da mit dabei hat. Wie du schon gesagt hast, die zehn verschiedene LinkedIn-Anmachen, also Vertriebsversuche über LinkedIn zehnmal am Tag und zehnmal eine komplett unterschiedliche Person. Aber zehnmal, da kommt exakt das selbe Skript. Und wenn man den dann zurückantwortet, dann kommt sogar im zweiten Schritt wieder die exakt gleiche Antwort zurück, wie du es so beschrieben hast. Und dann weiß man schon, okay, alle diese zehn, die mich da gerade versuchen auf LinkedIn zu akquirieren, mich als Gen-P-Soft-GmbH, die kommen alle aus dem exakt gleichen Coaching. Und da ist halt nirgendwo irgendwie eine persönliche Note dabei. Und genau das macht es ja eben so schwer, überhaupt die Vertrauensbildung überhaupt mal stattfinden zu lassen, sodass du überhaupt erst mal ein Gespräch entspricht. Also das macht den Vertrieb eigentlich, erschwert den Vertrieb. Im Endeffekt, als dass es ihn erleichtern würde, weil am Ende kaufen immer Menschen von Menschen. Also das gilt auch im Software oder Techie, egal oder KI. Also das ist halt einfach, am Ende kaufen Menschen von Menschen. Und das vergessen viele leider auch. Also letztendlich ist es eine super Überleitung. Und meine letzte Frage, Punktum Menschlichkeit. Also sich seine Kunden aussuchen, aber auch seine Partner, auch seine Coaches oder Mentoren, egal in welche Richtung. Also ob man jetzt als Einkäufer da ist, also jeder Einkäufer, by the way, ist auch ein Verkäufer. Also das sind letztendlich genau die gleichen Skills. Oder ob man jetzt was einkauft oder auch was verkauft. Einfach nochmal ein paar Worte zum Thema Menschlichkeit. Das ist genau die Überleitung. Perfekt eigentlich. Das habe ich mir notiert sogar, das war gar nicht so geplant. Dritte Frage, wir sind letztendlich alles Menschen. Ja, also gerade bei uns, wir sind jetzt kein Riesenunternehmen. Da hängt auch noch sehr viel an der Geschäftsführung. Und die Geschäftsführung in meiner Person ist auch sehr technisch orientiert und auch generell in der Problemlösung verhaftet. Ich habe auch gar nicht die Lust, mich jetzt da in großen Diskussionen, also nicht technischer Art, Diskussionen zum Projektablauf und dergleichen damit auseinanderzusetzen. Und ich habe auch nicht die Zeit dazu. Und insofern, da ist es halt auch eine Hilfe, wenn es eine gewisse Vertrauensbasis gibt zwischen Kunden, zwischen Zulieferern. und man auf diese ganzen Scharmützel verzichten kann, die dann so eher eigentlich zeitraubend und nervenaufreibend sind, sondern wirklich in der Sache halt arbeiten kann und sich nicht mit dem persönlichen Kleinkram dann auseinandersetzen muss. Und es ist halt auch einfach so, wenn ein Kundenmitarbeiter vielleicht mit dem Dienstleister nicht klarkommt, weil er von dem nichts hält, dann wird das halt einfach ein schwieriges Projekt werden. Und das finde ich dann persönlich auch sehr schade. Ich bin dann sehr konstruktiv orientiert. Ich versuche das Projekt voranzubringen und da sich dann auf persönliche Reibereien einzulassen, versuche ich zu vermeiden. Das geht ja logischerweise nicht immer, aber sinnvollerweise schafft man eben einen wirklichen Mehrwert in der Sache und nicht minimale Reibungen unter den Personen. Das ist immer so mein Ziel im Projekt dann. Ja, ich kann es einfach nur bestätigen. Also ich habe jetzt auch wieder ein paar Zuarbeiterinnen eingestellt und es ist wirklich Gold wert, wenn man da ein bisschen Menschenkenntnis walten lässt und sich auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit lässt bei der Einstellung oder auch beim Recruiting generell oder auch das bezieht sich auf Freelancer, egal. Oder auch wenn man sonst was, egal welches Verhältnis, immer das Gleiche. Und dann letztendlich jemanden hat, wo man nach, wenn man da eben eine gewisse Prüfung eben durch hat, sich auch zu 100 Prozent einfach verlassen kann. Ja, also ich weiß nicht, wie viele da vielleicht einen Aufwand haben und an Coaching oder nochmal zusätzliches Coaching buchen und so weiter für irgendwelche Kontrollmechanismen. Ja, und dieses Tool und jenes Tool und Zeiterfassung und das und dies und jenes. Und am Ende des Tages, ich kann es auch von großen Agenturen, denen ich schon früher häufig auch Teamleiter war und so weiter, also vor zehn Jahren und 20 Jahren und auch Coach und Teams aufgebaut habe, kann ich nur eines sagen, da waren teilweise wirklich rigide Kontrollmechanismen, ja, mit Daumenabdruck, zur Tür rein, ja, tatsächlich. Und dann, also wenn jemand mal krank war, dann gab es kein Gehalt. Ja, also das war hier in Deutschland, in München, da gibt es so eine Agentur, vielleicht manche kennen die noch. Also ganz, ganz stark. Und dann auch da haben dann letztendlich, also desto mehr Druck ausgeübt wurde teilweise, desto mehr haben die Leute auch Wege, Mittel gefunden, die Statistiken zum Beispiel zu fälschen, sowas wie zum Beispiel Schlagzahl oder sowas. Also es gab immer irgendwo einen Weg. Und letztendlich ist es meiner Meinung nach, man lässt sich ein bisschen mehr Zeit vielleicht im Recruiting auch oder auch in der Auswahl, das ist der Partner. Und dann letztendlich dann wirklich hundertprozentig sicher zu sein, dass man jemanden hat, dem man 100 Prozent vertrauen kann. Dann kann man immer noch Kontrollmechanismen im Einsatz haben, aber die sind dann gar nicht mehr notwendig. Und das kann ich jedem versprechen. Und wenn du das erst mal hast, also jemanden wie so eine Art Goldschatz, also Leute, die wirklich, ich sage immer, wo quasi eine Connection entstanden ist, eine Bindung. Und da kann man dann wirklich auch Welten bewegen und auch alles erreichen, was man erreichen will, auch unternehmerisch. Okay, vielen Dank nochmal für dieses super tolle Video, Interview, ja Video und Interview. Und dann wünsche ich dir weiterhin noch sehr viel Erfolg in der Skalierung und in allen deinen Zielen, die wir uns ja auch gemeinsam gesteckt haben für das Jahr, für dieses Jahr noch und auch für das nächste Jahr. Vielen Dank, Michael. Okay, so jetzt muss ich schnell rüberhechten zum nächsten Chor.